Musik Mit vom Winde verweht wird 1939 die bis dahin teuerste Filmproduktion in den USA-Uhr aufgeführt. Das gut vierstündige Drama mit den Haupterstellern Clark Gable und Vivian Leigh gewinnt zehn Oscars und wird zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Am 15. Dezember 1984 kommt der von George Michael komponierte Weihnachtshit Last Christmas auf den Markt. Der Song der Popgruppe Warm wurde seither unzählige Male gecovert und ist nach wie vor ein echter Dauerbrenner. Und das geschah in Österreich. Am 15. Dezember 1928 kommt in Wien Friedrich Stowasser, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Friedensreich 100 Wasser zur Welt. Seine Kindheit ist geprägt von negativen Ereignissen. Der Vater stirbt, als 100 Wasser erst zwei Jahre alt ist. Als Sohn einer Jüdin wird er nach dem sogenannten Anschluss zwangsumgesiedelt, überlebt jedoch die Jahre des Terrors. Seine unvergleichliche Kunstsprache prägt noch heute das Stadtbild von Wien. Ganz nach dem Motto Die gerade Linie ist gottlos und unmoralisch. Verdammt er die gerade Linie aus seinen Werken, lässt seiner Fantasie freien Lauf und macht die Spirale zum Grundmotiv seiner farbenfrohen Malerei. Bereits in seiner frühen Kindheit zeichnet sich 100 Wassers Talent und die Einzigartigkeit seiner Werke ab. Friedensreich 100 Wasser wurde in Wien geboren, ist hier im 15. und im 2. Bezirk aufgewachsen und war schon als Schüler sehr begabt im Bereich der Malerei, wurde auch sehr gefördert, ist dann nach der Matura auch an der Kunstakademie eingeschrieben. Das hat er nur nicht lange gemacht. Nach etwa drei Monaten beschließt 100 Wasser das Studium abzubrechen und stattdessen die Welt zu erkunden. Er reist unter anderem nach Italien, Nordafrika, Frankreich, später auch in die USA, Japan und Neuseeland, seine Wahlheimat. 1949 nimmt er dann den Künstlernamen 100 Wasser an. Also geboren als Friedrich Sto Wasser hat er dann sehr bald seinen Namen geändert in Friedensreich 100 Wasser. Sto heißt 100 und das Wasser hat er behalten und Friedensreich 100 Wasser war dann sozusagen die Übersetzung ins Deutsche. Ich glaube halt, dass Wasser ein ganz fantastisches Element ist, das viele Möglichkeiten birgt. Diese Verbundenheit zum Wasser und allgemein zur Natur spiegelt sich dann auch in 100 Wassers Kunst und Architektur wieder. Also das sieht man bei 100 Wassers Werk wirklich, dass er versucht hat, Kunst, Leben und Ökologie zu verbinden. So ganz in der Tradition der Avantgarden, Leben und Kunst zu vereinen, kam bei ihm die Ökologie dazu. Seiner Vorstellung entsprechend soll die Natur in die Architektur mit einbezogen werden. Beispiele hierfür sind etwa das 100 Wasser Haus oder auch hier das Kunsthaus Wien im dritten Wiener Gemeindebezirk. Wir sehen hier im Kunsthaus, dass Herr Friedensreich 100 Wasser auch gestaltet hat. Wenn wir schon näheren, wachsen Bäume aus den Fenstern, die berühmten Baumittern. Er hat die Dächer begrünt und da sprechen wir wirklich von den 80er Jahren. Das war dann damals nicht so selbstverständlich wie heute. Das war wirklich auch eine technische Innovation. 100 Wasser. Ein Querdenker und Visionär, der bereits zu seiner Zeit die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz propagiert. Probleme, die uns heute so brennend beschäftigen. Am 19. Februar 2000 stirbt Friedensreich 100 Wasser im Alter von 71 Jahren. Er wird in Neuseeland, seiner zweiten Heimat begraben. Doch sein Vermächtnis bleibt und ziert noch heute das Wiener Stadtbild.